Die Wollnys, Rätselraten nach Baby-News geht weiter. Die Wollnys wachsen weiter, nur wenige Monate nachdem Lavinia Wollny ihre Tochter Hayley Emilia zur Welt gebracht hat, gab Mama Sylvia Wollny bei Instagram bekannt, dass sie erneut Oma wird, und zwar gleich doppelt. Zwei ihrer Töchter erwarten demnach erneut Nachwuchs. Eine von ihnen ist Nesthäkchen Loredana Wollny, die mit 18 Jahren erstmals Mama wird. Welche von Sylvias Töchtern noch schwanger ist, ist aber weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis, doch die Wollny-Fans haben einen klaren Verdacht. Sylvana Wollny, schwanger mit Baby Nummer 3? In den letzten Wochen gab es immer wieder Diskussionen darüber, welche Wollny-Tochter ein Baby erwarten könnten. Dabei reichten die Spekulationen von Sarah Fina über Sarah Jane und Lavinia Wollny bis hin zu Kalanta oder aber Sylvana Wollny. Mittlerweile will sich ein Großteil der Wollny-Fans aber sicher sein, dass es sich tatsächlich um die 30-Jährige handeln muss. Der Grund? Kurz nach Sylvia Wollnys Schwangerschaftsverkündung hatte Sylvana das Posting in ihrer Story geteilt, und als einzige ein GIF, das eine schwangere Frau zeigt, hinzugefügt. Außerdem war nur kurz zuvor bekannt geworden, dass Sylvana Wollny und ihr Verlobter Florian Caster ihre geplante Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben haben, angeblich aus finanziellen Gründen, doch viele Wollny-Fans glauben eher, dass ein drittes Kind der wahre Grund für die Absage sein könnte. Und auch ein neues Selfie der Zweifach-Mama brachte die Gerüchteküche kürzlich erneut zum Brodeln. Selfie sorgt für Diskussionen bei Wollny-Fans. Sylvana Wollny teilte nämlich ein Spiegel-Selfie mit ihren Followern, mit dem sie eigentlich nur Werbung für ein bekanntes Bekleidungs-Label machen wollte. Das Kleid, das die 30-Jährige dabei trug, gefiel nicht allen Fans, dafür wurde aber ein anderes Detail diskutiert. Sorry, steht ihr nicht wirklich, außer es steckt noch was Kleines mit drunter? Schrieb eine Userin, und diesem Verdacht pflichteten gleich mehrere weitere Follower bei. Eine andere Userin fragte ganz direkt, wann wird deine SS-Schwangerschaft, Anmerkung der Redaktion, verkündet? Bis wir erfahren, ob Sylvana Wollny wirklich mit Baby Nummer 3 schwanger ist, müssen wir uns aber wohl noch eine Weile gedulden.